Vielleicht auch mal die Möglichkeit nutzen, sich hinzusetzen und zu gucken, was jeder dieser Kandidaten, die jetzt von diesen wunderschönen Plakaten runterlächeln, zu bieten haben. Ich bin heute hier, um einen Kumpel zu unterstützen, der ein Mann des Wortes ist, wenn ich ihn darum gebeten habe. Und deswegen ist es mir eine Freude, heute für den Thomas Hirsch zu singen. Der Song reißt... Gessen noch, Herr Pickelklauch, kann wie Superman fliegen. Halt mal. Okay, was haltet ihr denn, wenn ihr hier näher herkommt, weil sonst habe ich euch hier im Genick sitzen. Und ihr die Stühle, nehmt einfach mal die Stühle und packt die Stühle und setzt sie hier hin. Rolf, schnapp dein Mädel. Und auch hierher. Genau. Alright. Komm. Gessen noch, Herr Pickelklauch. Ich kann wie Superman fliegen. Heute schon siehst du mich hier. Hier am Boden liegen. Doch die Zeit, wir ändern sie. Hey. Die Zeit, wir ändern sie. Jeden Tag lang wie mir. Gessen noch, war ich einer. Wollten bin ich, König Was für besser jeden Tag? Was für besser jeden Tag? Ist das Leben noch so hart? Was für besser jeden Tag? Was für besser jeden Tag? Was für besser jeden Tag? Wir können den guten Tag, ich weiß, was für besser jeden Tag. Oh, trau mich, dass es größer wird, na, 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 na. Es soll ich mehr, soll ich mehr vieler sein. So will ich mich nicht mehr. Ich weiß, es könnte alles besser sein, dass ich alle meine traube und da will ich fest daran. Wenn es heut nicht so gut rein, scheißegal, dann fang ich noch einmal von vorne an. Yeah, 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 yeah. Es wird besser jeden Tag. 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 Und du kannst dir den guten Tag, ich habe auch Schäfer-Taste und Reichenstatt. Es wird besser jeden Tag. 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 Und ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen näher herkomme, wenn ich ein bisschen näher herkomme. Komm ein bisschen näher. Wachst du nie, wachst du nie. Komm ein bisschen näher. Den Tisch kannst du mitnehmen. Wir machen den Tisch nicht. Ja, kappen euch davor. Bleiben dabei. Könnt ihr euch doch einmal früh spüren, was wir eventuell locker noch uns jetzt und perfekt bekommen. Komm, du gibst jetzt mal die Hände aus der Rüste. Komm, du gibst jetzt mal die Hände aus der Rüste. Komm, du gibst jetzt mal die Hände aus der Rüste. Komm, du gibst jetzt mal die Hände aus der Rüste. Lest du besser jeden Tag. Und wenn es heute so gut leid, dann geht's in Rando an den Stand.